Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick auf die Indizes und heute wieder mal zum Dow Jones. Ich habe gestern, schon gestern morgen hier gesehen, dass wir da in der Nähe der vier waren. Das ist eine Wolf Wave und gestern um 7 Uhr stießen wir dann an diese obere Trendbegrenzung an und fielen dann 100 Punkte hinunter. Und was noch zu sagen ist daran, dass dieser Anstieg passieren könnte, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe zwar morgen diese Wolf Wave gesehen, aber dann abends um 7 Uhr, dann war es natürlich klar, dass die 5 da war. Dann war ja eben diese ganze Formation vorhanden. Wie es jetzt weitergeht, ist allerdings noch nicht ganz klar. Es könnte da nochmals hinaufgehen, weil da die 5 ja noch nicht ganz perfekt war, also kein Überschuss. Wir könnten allenfalls nochmals ein Allzeithoch haben, vielleicht in der Gegend 34.000, 34.100. Ich kann da noch nicht garantieren, dass Cell in May schon intakt ist. Und da müssen wir halt drauf schauen, wie sich das entwickelt. Ganz charakteristisch ist es auch, dass ab dem Punkt 5 die Konsolidierung, die läuft natürlich nicht in einer Strecke, sondern hier runter, ganz typisch entlang dem V-Web hinauf und müsste eigentlich da weiter nach unten gehen. Und wir sehen jetzt gerade, dass der DAX, der ist jetzt gerade auf dem V-Web. Und beachtet diesen V-Web, das ist der wichtigste Indikator, der volumengewichtete Preis, weil alle Trader gleich in welcher Zeiteinheit diesen gleich sehen. Darum die V-Web-Strategie. Und schauen wir uns das mal an. Ja, jetzt haben wir hier noch, den muss ich mal, ich habe hier noch den Supertrend. Den muss ich jetzt mal schnell ausblenden. Ja, wir sind hier da auch relativ höher als die vierte Standarderweichung rausgeragt. Und wir sind momentan über dem V-Web. Einfach noch Vorsicht mit Shorten. Da wartet ihr am besten so vielleicht auch viertel vor neun. Und jetzt schauen wir mal den DAX an. Ja, der DAX, der hat da schon eine Beule abgekriegt. Also der DAX ist jetzt mit Tagesschlusskurs fast nie unter die 15, 22. Der ist da schon mal getaucht. Das könnte auch ein Hinweis sein auf Sell in May. Wir sind jetzt da, aber auch über dem V-Web. Also über dem V-Web prinzipiell mal Bullisch. Wir dürfen nur Shorten, wenn wir wirklich weit oben sind. Da sind wir natürlich auch weit oben gewesen. Gestern. Und da müsst ihr auch immer schauen, dass ihr diese Bewegung da, das ist um 9.00 Uhr und nicht um 9.10 Uhr oder so. Es ist wirklich 9.00 Uhr, muss man da einsteigen. Sonst hat man das verpasst. Ich habe gestern leider erst um 9.10 Uhr begonnen, habe das verpasst. Habe da schon noch ein bisschen gewonnen, aber leider nicht mehr sehr viel. Ja, da seht ihr auch eine Konsolidierungstendenz. Wenn immer aufpassen, Geld wird immer noch gedruckt. Und dazu schauen wir den DXY an. Den US-Dollar-Index, das ist eigentlich der Gelddruckindikator. Wenn auch direkt oder indirekt. Und wenn dieser fällt, dann ist es ein Zeichen, dass die Liquidität zunimmt und das Geld gedruckt wird. Das heisst jetzt nicht, dass jetzt da die FED genau gedruckt hat zu diesem Zeitpunkt. Aber hier widerspiegelt sich das Liquiditätsspiel und das vor allem zwischen FED und EZB. Also wenn die EZB druckt, dann geht es nach oben, dann gehen die Aktienindex nach unten. Und wenn die FED druckt, dann geht der Dollar nach unten. Da ist natürlich der Spielraum gegen unten eingeschränkt, weil die Amis ja auch nicht wollen, dass ihr Geld nicht mehr als internationales Zahlungsmittel verwendet wird. Wenn das nämlich mal der Fall ist, dann wird es schwierig für die USA, die Finanzierung der USA, weil diese ja nur auf Schulden basieren. Gut, dann schauen wir noch rasch Bitcoin an. Da immer noch diese Wahnsinns-Rallye, die aber vielleicht auch schon mal... Da ein Doppeltop, auch wieder schön VWAP abhängig. Wir sehen immer dort, wo der VWAP rot ist, also die dritte und vierte Standardabweichung. Da kommt es gerne zu einer Wende. Also ich trade selbst Bitcoin nicht, aber ich wäre langsam vorsichtig mit Longs. Eigentlich würde ich erwarten, dass das im Gold kommt. Und da sieht es ja schon recht bullisch aus, weit über dem VWAP. Irgendwann im Mai kommt dann die Panik. Man sieht, dass die Impfkampagnen stocken, dass nicht alles so einfach ist, wie es dargelegt wird. Also sozusagen sell the facts. Jetzt kommen dann die Facts im Mai und dann werden sich ein paar Dinge ändern. Ich denke, Gold wird sich erholen. Und der Rest, Bitcoin läuft ja auch teilweise ziemlich parallel zu den Aktienindex-Indizes, bis, dass Bitcoin wahrscheinlich mal irgendwann nicht mehr weiter steigt. Gut. Und ja. Schauen wir noch den breiten Index an. Standard & PewPew 500. S&P 500. Der breiteste US-Index. Der prallt da am SMA 200 ab. In 15 Minuten. Wir sehen hier auch eher eine Sättigung. Also heute allenfalls eher short. Da waren wir auch bei der vierten Standardabweichung vom VWAP. Und können da weiterschauen. Und zuletzt trotzdem noch zu dem Kassadachs. Wir sahen hier, der Kassadachs, der endete da etwa bei 15, 2013. Und der durchlaufende Dachs, der ist da nicht wesentlich höher. Also da gibt es wahrscheinlich heute keine Differenz zu shorten, wie das ja meist gestern vor allem schön war, wie ich vorgeschlagen habe, vom durchlaufenden Dachs auf den Schlusskurs des aktuellen, auf den gestrigen Schlusskurs des Kassadachs zu shorten. Das gab ja auch eine Stange Geld. Gut, dann viel Glück beim Traden. Studieren Sie selbst. Schauen Sie auf die Trendlinien. Was sehe ich? Die habe ich jetzt die... Ja, Trendline-Function. Ich sehe jetzt die gar nicht vor lauter... Ja, doch, die werden da eingeblendet. Ja, diese Trendlinien sind halt immer wichtig. Die sieht man dann eher im Ein-Minuten-Chart. Achtet auf die Trendlinien. Das ist immer sehr wichtig, wenn ihr da mehrere Berührungen dran habt. Dann könnt ihr rechnen, dass wir eine Wende haben. Ja, hier zum Beispiel zwei Berührungen. Wir fallen drunter und wir kommen da nochmals exakt an. Diese Symmetriebeziehungen sind eben sehr, sehr wichtig. Dann viel Erfolg beim Traden und es soll alles zu Gold werden, was Sie berühren. Tschüss bei Swiss Trading.